Ja, wir erwarten jetzt noch einen musikalischen Beitrag, aber da muss noch das Instrument ein bisschen gestimmt werden. Also wir können uns jetzt noch sechs Minuten, einen Beitrag könnten wir uns jetzt noch hier leisten, aber vielleicht nicht immer von den gleichen Gesichtern. Ich freue mich ja auch, wenn hier mal neue Leute sich an das Mikrofon ran trauen. Also gewaltfrei, jugendfreundlich und im guten Ton. Jeden Montag, jetzt habe ich vergessen, wie ich das immer sage. Egal, ihr wisst schon Bescheid, das Mikrofon ist offen. Jetzt kommt der Musiker, ich glaube es nicht, ich drehe durch. Ganz langsam kommt der Musiker. Improvisationen, die sich lohnen.